Wir befinden uns am Tag 134, ja 134, ähm, denn, ich sage euch gleich, warum. Ich lade einmal das Spiel und wir haben heute ein bisschen was vor, so wie immer eigentlich, aber ob wir dazu kommen, ob wir alles schaffen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, das bleibt natürlich zu bezweifeln. Und deswegen schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen und was wir alles davon schaffen, von dem, was wir machen wollen. So, ja, Starving, Food Needed, wir haben Hunger. Gut, da sind wir wieder. Ähm, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben, also letzte Woche Montag, gab es wieder ein, äh, ja, eine Update-News. Und zwar für die nächste Version, Version 0.6. Sofern sie denn irgendwann mal erscheint, wir wissen nicht genau, wann sie erscheinen wird. Sie wird aber erscheinen, hoffe ich zumindest. Ähm, und es waren so ein paar Punkte, wo ich mir gesagt habe, ja, gut, cool. Und es gab einen Punkt, wo ich mir so gesagt habe, warum zum Geier? Kommen wir aber gleich dazu. Was haben wir heute vor? Ja, wir gehen auf jeden Fall noch auf den, ähm, YouTube-Kommentar ein. Beziehungsweise den Wunsch nach mehr Munition. Deswegen befinden wir uns jetzt auch wieder zu Hause, weil ich habe heute nämlich nochmal so zwei, zweieinhalb Stündchen gespielt. Ich war noch ein bisschen in der Mine gewesen. Und ich habe Sulfur mitgebracht, jede Menge Sulfur. Ich habe jede Menge Barren mitgebracht, wie man sehen kann. Und, ähm, ich dachte mir, ich erspare euch das Farmen, weil das Farmen war echt ultra langweilig. Und, ähm, wir können diesen Prozess des Farmings in der Mine noch ein bisschen verbessern. Machen wir aber gleich. Als erstes starten wir aber erst einmal mit, hoa, wir brauchen ein bisschen mehr von allem, was Munition angeht. Und dafür machen wir als erstes mal ein wenig Gunpowder. So viel wie geht, wird nicht viel sein. Genau, 16 Stück, leider nur. Aber, das ist kein Problem, weil das ist nicht das Einzige, was ich mitgebracht habe. Ach, ihr solltet erst mal was essen, fällt mir gerade ein. Äh, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch was zu Mampf habe. Ich war zwischenzeitlich auch beim Händler gewesen, deswegen habe ich noch ein bisschen Munition. Ähm, also nicht wundern, dass da ein bisschen mehr drin ist im Inventar, als da eigentlich hingehört. Und, das wollte ich eigentlich noch beiseite legen, habe ich aber vergessen. So, die packe ich jetzt hier gerade mal rein. Ich glaube, die ist die, die ich brauche. Nee, Revolver? Hunting Rifle. Das war das Hunting Rifle, was ich dabei habe, ne? Genau. Ja, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben. Äh, ich hatte keine, ähm, keine Piekser mehr gehabt. Ich habe mir in der Zwischenzeit zwei Piekser mal gemacht, um, ja, einfach welche zu haben. Denn, äh, das hat mir in der Mine auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen, um da, schönen guten Tag, ähm, um da ein bisschen weiter voranzukommen. Es regnet. Das ist aber nicht schlimm, weil ich, heute mal, ich muss mal gerade gucken. Werden die Beete beim Regen nass? Ich glaube, ja. Ah, guck mal, sehr schön. Beete werden, wenn es regnet, nass. Hier schiebt sich schon wieder die Sonne vor die Wolken. Ja, 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 ja. Ah, sehr gut, dann brauchen wir nicht gießen. Und unsere Tomaten wachsen ja auch wunderprächtig. Äh, jetzt wird es aber gerade mieses Wetter. Na gut, ähm, ich hoffe mal, dass es nicht gewittert, sondern dass es nur regnet, obwohl ich glaube, es regnet und gewittert immer gleichzeitig. Macht nichts. So, ähm, ach ja, mein Scheißzeug wird ja nass. Ah, fuck. Sorry, ich muss das mal gerade wegräumen. Ähm, weil das Sulfo wird nämlich nass und das Gunpowder wird nass, aber das ist nicht gut. Zum Glück habe ich noch dran gedacht. Ah, das Zeug hier auch. Weg damit. So, ähm, Problem ist, ich kann halt nicht sehr viel von dem Zeug stacken. Und ich hole mal gerade den Rest aus dem Auto, weil von Sulfur und, äh, Salpeter habe ich mehr als genug gefunden. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Macht aber nichts. Deswegen bringen wir das erstmal fix hier rüber. Es gewittert. So, ich stelle mich einfach mal hier gerade rein. Und wir machen ein wenig Salpeter. Ah nein, ich wollte auch was essen. Verdammt, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, ich muss jetzt mal gucken, ob ich überhaupt noch was zu essen habe. Hohoho. So, äh, ich räume den Kram hier erstmal wieder rein. Ich kann noch eine... Hä? Ich dachte, ich kann noch... Ach, das war ja Clay. Ich bin ein Held. Ähm, ich würde gerade eigentlich die Holzkohle da reinlegen und habe anstelle dessen das Clay in der Zerre gehabt. Naja, naja, naja. Äh, hier ist voll, ne? Äh. Hier ist noch nicht ganz voll. Okay, dann kann ich noch ein bisschen von dem Salpeter hier rein. Und das Sulfur muss ich wohl erst mal in der Tasche behalten. Okay, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich meinen Hunger befriedigt bekomme. Ich hoffe, ich habe noch was zu essen da. Ich meine nicht. Äh, nope. Der Kühlschrank ist leer. Ach, da kann ich erst mal das Salz... Halt, warte mal, hier ist noch ein Riegel. Den Riegel esse ich wenigstens etwas. So, das Salz lassen wir hier. Und so, rein mit dem Riegel. Ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Und unser Hunger ist etwas gestillt. Ich würde sagen, wie spät haben wir denn? 13.15 Uhr. Wir gehen einfach gleich auf die Jagd. So. Ich hoffe mal, dass das Wetter besser wird. Nope. Noch nicht besser geworden. Dann schlafen wir halt noch mal ein Stündchen. Das ist, ähm... Also, dass wir jetzt auf die Jagd gehen, ist eigentlich auch ideal dafür, ähm, um euch noch ein bisschen zu sagen, was denn nun mit dem nächsten Update ist, was denn in der Zwischenzeit eigentlich passiert ist und wie es weitergeht. Ja, ähm, wie geht es weiter? Also, ich hab, wie gesagt, noch einiges an To-Dos auf der Liste. Also, ich könnte locker, na, bestimmt noch 20, 30 Stunden mit Content füllen. So, ähm, also das wäre locker drin. Das Problem ist halt nur, äh, irgendwann möchte ich auch mal wieder was anderes spielen. Ich hab zurzeit noch Spaß an dem Spiel. Also, das ist es nicht. Ähm, ich hoffe halt nur auf irgendwie zeitnah ein neues Release. Ähm, also eine neue Version. Aber ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Die 06 wird wahrscheinlich... Oh. Ui. Was ist denn hier los? Ich schnapp mir mal ein Wildschwein. Ich lad vorher mal nach. Ja, ich weiß, das ist eine Familie, aber das sind zwei erwachsene Wildschweine. Ähm. Die sollten eigentlich keine Probleme haben. Hallo? Ey, sag mal, was ist denn mit den Viechern los? Wow. Okay. Keins von den Wildschweinen getroffen. Offensichtlich. Ich hab einen Aim wie eine tote Katz. Beim Kalben. Unfassbar, ey. Dann schnapp ich mir lieber so einen Wolf. Oder einen Bär. Ich wollte schon immer mal so ein Wildschwein haben. Ich glaube, ich hab bisher nur... Haben wir überhaupt schon mal Wildschwein gehabt? Ich weiß gerade gar nicht. Ist aber egal. Ähm. Ich weiß nicht, wo hier Wölfe gerade sind. Ob da überhaupt welche da sind. Deswegen schnapp ich mir mal Bruno. Bruno, den... Berserker-Bär. Ach, come on. Was ist denn heute los? Was hab ich denn für ein Pech? Äh. Gut. Bruno einmal mit dem Gewehr in die Schnauze geschossen. Alter, wie viel verträgt denn das Vieh? Bruno, der gepanzerte Bär oder was? Hallo? Ich hätte gerne einen Bär zum Mittag. Mann, ey. Was zum Geier. Boah. Komm, geh fällig mit. Fettsack. Hä? Hä? Okay. Ich hab mein Zielfernrohr noch in der Hand. Damit kann mir jetzt nichts passieren. Ich seh gar nichts. Ey, wo renne ich denn hin? Ah, da ist das Auto. Jippie. Wow. Wir haben jetzt quasi den Bär mit einem Zielfernrohr ausgestattet. Auch nicht verkehrt. Kann man mal machen. So. So. Der bleibt da liegen? Ja, natürlich bleibt der da liegen. Aber anders als gewollt. So. Komm mal mit. Pack dich mal aufs Dach. Ich glaube, das geht eher. Hä? Hä? Oh, fuck. Wollte nicht doch hier oben. Ja, gut. So geht's auch. Glaube ich. Nein! Der Bär will nicht mehr. Was soll denn das? Hä? Och. Ich bin heute los. Ich würde dich gerne... Hm. Da oben drauf packen. So, mal gucken, ob's so klappt. Ey, was ist denn mit diesem Kackbär? Der will nicht. Herr Bär, wie wär's? Warte mal. Vielleicht klappt das so. Glaube ich habe ihn. Einmal zwischen den Schränken eingeklemmt. Ja, läuft. So, wir brauchen Bär. Wir haben einen bärigen Hunger. Wird nicht lange halten. Vielleicht sollte ich den einfach wieder pökeln, nachdem ich ihn auseinandergebaut habe. Weil ich glaube, das gepökelte Fleisch hält ja nun mal um einiges länger. Oh Gott, die Karre fährt aber gerade echt langsam. Oder? Nein. Ähm, scheint nur so. Okay. Ähm, was haben wir also vor? Also, wir möchten heute auf jeden Fall so ein bisschen Kleinkrams machen. Also, als allererstes machen wir Munition. Ne, als allererstes machen wir was zu essen. Danach machen wir Munition. Danach kümmere ich mich so ein bisschen um so ein bisschen Deko-Kram. Ähm, weil das habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange auf der Liste, dass ich das mal machen wollte. Und, was mir aufgefallen ist, wir schlafen jedes verdammte Mal, wenn wir irgendwo hingehen und es gerade irgendwie Zeit zum Überbrücken von Zeit ist, schlafen wir auf dem verdammten Fußboden. Und das Spiel bietet mir die Möglichkeit, einen Schlafsack zu bauen. Ich habe noch nicht einmal dran gedacht, mir einen Schlafsack zu bauen. Nicht ein einziges Mal. Hammerhart, oder? Naja, wir bauen auf jeden Fall einen Schlafsack. So, du kommst mal mit, Bruno. Ich habe da eine wunderbare Behausung für dich. Da werde ich dich jetzt erstmal ablegen. Du bleibst draußen. So, und wir werden dich mal ein wenig auseinanderbauen. Hard to use. Achso, ich habe hier doch mal kein Werkzeug für den Bär dabei. Na gut. Dann holen wir mal gerade eben... Äh, was nehme ich denn? Ähm, das Ding hier. So, einmal die Axt. Warte mal, ich lasse mal gerade den Pfeil da. Ich habe nämlich noch so einen Pfeil hier im Inventar. Und die Flasche kann ich unterwegs auch mal ablegen. Da kommen wir nämlich am Flaschenlager vorbei. Beziehungsweise an unserem Pfandlager. Irgendwann wird es mal wichtig, das Pfandlager. Irgendwann. Ich sehe das schon kommen. Und wenn es soweit ist, ich bin euer Mann. Ich habe Pfand. So, einmal den Schädel auseinander hacken. Bitte. So, wir kriegen auch wieder Durst. Ich werde mal direkt das Fleisch pökeln. Ah, beziehungsweise ich darf nur... Ah, das ist jetzt... Ja, ja, okay, okay. Mir fällt gerade wieder ein. Ich kann gar nicht alles Fleisch pökeln. Das funktioniert ja gar nicht. So, weil wir brauchen ja direkt was zum Essen. So. Äh, oh. Ich habe irgendwie zu wenig Salz mitgenommen. Naja, gut. Ich nehme jetzt einfach mal den ganzen Packen Salz mit. Was soll der Geiz? So, wir dürften eigentlich... Oder wir könnten theoretisch eigentlich auch nochmal ein paar Fische holen. Nochmal ein bisschen angeln. Aber Problem ist bei dem Angelzeug, ja, diese Angeldinger gehen immer viel zu schnell kaputt. So, kann ich hier noch was reinlagern? Ja, sehr gut. Hängen wir mal gerade ein bisschen Fleisch auf. Ich hoffe mal, dass es relativ schnell trocknet. Und dass wir bei Zeiten wieder was zum Mampfen haben. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ist hier noch was brauchbares? Nö, hier auch nicht. Okay, diese Gedärme lasse ich jetzt auch mal noch da hängen. Das ist mir jetzt gerade egal. Jetzt nehme ich mal noch den Rest vom Bär auseinander. Nein, bleibt doch liegen. Was ist denn gerade los? So, ich brauche erst mal ein Fleisch. So, das schneide ich mir mal gerade raus. Weil wir brauchen dringend was zu essen. Wir brauchen ganz, ganz dringend was zu essen. So, okay. Dann mache ich mir mal gerade den Grill an. Ich hoffe mal, ich habe noch Brennholz. Ich habe natürlich kein Brennholz mehr, ne? Doch! Wir haben noch Brennholz. So, und wir haben noch ein, äh, Dingens. Ja, genau, haben wir noch. Also, hä? Null Sekunden? Ah, okay. Gut, es stand nur irgendwie was komisch da gerade. Egal. So, äh, ich schmeiße mal gerade das Fleisch da rein. Ich müsste eigentlich, äh, ich trinke in der Zwischenzeit was. Ich komme gerade nicht klar, so, was ich als allererstes machen möchte. Oh man, gerade so ein bisschen, äh, durcheinander. So, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall erst mal was getrunken. Dann setze ich mich mal gerade fünf Minuten hier hin. Und das Fleisch ist immer noch nicht fertig. Nochmal fünf Minuten. Hallo? Hallo Fleisch? Äh. Na? Das dauert aber. Hallo? Ich glaube, 15 Minuten oder so dauert das, ne? Oder kann ich gerade nicht schlafen? Irgendwas ist gerade komisch. 17,46? Ich kann gerade nicht pennen. Ach so, weil ich starfe wahrscheinlich. Okay. So gut, wir haben Hunger, also müssen wir jetzt warten. Singen wir Schweinische Lieder am Lagerfeuer. Ich kann keine Schweinische Lieder. Schade. Naja. Gehen wir erstmal auf das Update ein. Es gab Update News. Oh, Essen ist fertig. Es gab Update News. Und das Wichtigste und der allererste Punkt in der Update News waren, hey, man darf sich endlich auf Stühle setzen. Beziehungsweise man darf sich endlich irgendwo hinsetzen. Wenn ich mir so gesagt habe, ernsthaft, das ist jetzt gerade das wichtigste Update, was das Spiel braucht, dass man sich auf Stühle setzen kann. Ich meine, man kann sich jetzt nicht auf Stühle setzen, ne? Also ich meine, klar, es ist zwar ein bisschen blöd, dass das nicht geht, aber andererseits, ne? Es gibt Wichtigeres, als auf Stühle sich setzen zu können. Naja. Auf jeden Fall wird es mit dem nächsten Update möglich sein, sich in Stühle reinzuflezen. Ist okay. Brauche ich nicht unbedingt. Aber okay. Gut, vier Stunden. Da ist das Feuer wieder aus. Naja. Das war etwas, was er lang und breit in der Update News kundgetan hat. Auch in den Videos gezeigt hat. Man kann sich jetzt überall in diese Plastikstühle und was weiß ich für Stühle reinfläzen und kann halt eben, ja, sitzen. Yippie. Wow. Okay, von mir aus. Ist jetzt nicht unbedingt das Feature, wo ich mir gesagt habe, das bräuchte ich. Aber okay, von mir aus. Es ist nett, dass er es gemacht hat, aber wie gesagt, Prioritäten. Ja, da hat er sowieso seine Probleme mit Prioritäten. Er macht immer andere Sachen, die unwichtiger sind, als das, was eigentlich gerade am wichtigsten wäre. Und das wäre noch mal Back fixen. Und halt eben mal so ein bisschen zeigen, dass es irgendwie vorwärts geht. Aber nichtsdestotrotz, er hat gezeigt, dass es vorwärts geht. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo packe ich jetzt hier das Brennholz, das olle Kackholz hier rein. Das packen wir mal hier rein. So. Es gab Updates bezüglich... Was hatte ich noch aufgetrieben? Ich habe mir das gerade aufgemacht. Ja, genau. Der Generator, das Licht und Lichtschaltermechanik. Es wurde im Vergleich zu dieser Version hier das Weiße Haus als, ja, ich sag mal, Nonplusultra wieder hergenommen. Ich habe hier gar kein Brennholz, fällt mir gerade auf. Das Weiße Haus, was man aus vorhergehenden Versionen kennt. Wir kennen es nicht, weil wir haben das hier nicht. Wir haben das Weiße Haus einfach nicht. Aber das Weiße Haus war für alle, die es bisher gespielt haben, sozusagen das Nonplusultra, was, ja, Mechanik und so weiter angeht, beziehungsweise Aussehen und so weiter. Also, das war wirklich das Nonplusultra. Weil da konnte man wirklich sich schön einrichten. Man konnte den NPCs ein Zimmer zuordnen oder zuweisen. Man konnte das eigentlich sehr gut hernehmen, weil es halt einfach ein fertiges Haus war. Und das konnte man für sich beanspruchen. An und für sich gar nicht mal so schlecht, weil das sah echt gut aus. Und, ja, ich gehe mal davon aus, dass es denjenigen, die es damals gespielt haben, auch einiges an, ähm, wie soll ich sagen, Organisation abgenommen hat. Weil man musste sich halt nicht eben ewig mit so einem riesigen Haus hier beschäftigen, sondern man hat einfach ein Haus fertig gehabt und konnte da einziehen und konnte da drinne wohnen. Und, ähm, was jetzt möglich sein wird, man kann jetzt offensichtlich nicht nur so kleine Puppelgeneratoren bauen, wie wir es da hinten stehen haben. Also, wenn das Update dann kommen wird, wird das dann so sein. Man kann nicht nur solche Generatoren bauen, was ich ehrlich gesagt aber sinnvoll finde, weil solche Generatoren findet man eher mal, sag ich jetzt mal, äh, zum Beispiel in Baumärkten oder wo auch immer. Ähm, aber nein, ich weiß nicht, ob man den Generator, den er in dem Update gezeigt hat, ob man den selber bauen muss oder ob man ihn findet. So, beim Haus zum Beispiel, ne. Es sah mir so aus, als ob der Generator quasi schon fertig da ist und man den eigentlich nur noch mit Benzin befüllen muss oder mit Treibstoff befüllen muss, dass er wieder funktioniert. Ähm, so sah es mir persönlich aus. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Deswegen möchte ich mich da auch nicht festlegen, wie diese Mechanik funktioniert. Aber er hat halt gezeigt, aha, du musst halt eben den Generator wieder mit Sprit befüllen und dann kannst du ihn benutzen. Ähm, huch, jetzt habe ich das Feuer gehauen. So was. Ähm, an und für sich nicht schlecht, ne, weil, wie gesagt, hat halt was, dass man halt eben wieder Sachen in der Welt gangbar machen muss ähm, und man, ja, offensichtlich so eine Art MacGyver in dem Spiel ist. Wie dem auch sei. Ähm, die ganze Mechanik, dass man in Zimmern Licht an- und ausmachen konnte, fand ich hingegen richtig cool, weil das hat irgendwie was gehabt. Ähm, ich kann es euch nicht genau sagen, was, aber ich fand es halt cool, dass man wirklich in jedem Zimmer Licht an- und ausmachen konnte. Fand ich ein nettes Feature. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass das auch zeitnah kommt. So, ähm, ich gehe mal davon aus, dass es dann nicht nur für, also das Licht in fertigen Häusern, äh, diese Mechanik ist, sondern dass man halt eben auch irgendwie selber dann, ja, tätig werden kann, was halt eben die Generatoren und so weiter angeht, dass man halt eben selber Generatoren wieder bauen kann und dass man sie dann vielleicht irgendwie, ja, ich weiß halt nicht genau, wie man es am besten macht, aber dass man halt eben selber, äh, Verkabelung sozusagen im eigenen Haus machen kann. Das wäre schon ganz nice, wenn das gehen würde. Ähm, aber das muss man halt eben mal sehen. Wie das dann kommt, das weiß ich halt nicht. So, äh, ich schmeiß mal gerade hier die Dinger da rein. So. Ach, weißt du was? Den schmeiß ich weg. Der ist eh schon oll. Ähm, aber ja, also wäre auf jeden Fall cool, wenn dann vor allen Dingen so Mechaniken wie der Kühlschrank endlich mal funktionieren würden. Weil der Kühlschrank ist halt echt ein super wichtiges Element, weil mir vergammelt halt unfassbar viel an Essen. Schon alleine dadurch, weil ich nicht zu Hause bin oder weil ich gerade irgendwas zu tun habe. und das ist so eine Tatsache, wo ich mir sage, das ist einfach kacke. Also, dass das halt so schnell alles vergammelt, äh, macht Sinn. Aber, Gott veraxe nochmal, du hast einen Kühlschrank eingebaut. Warum zum Geier? Funktioniert der nicht, ne? Also, das ist halt eben sowas, wo ich mir sage, äh, schade. Muss unbedingt gefixt werden. Kommt wahrscheinlich, ähm, kommt wahrscheinlich aber mit dem nächsten Update. Genau.